So, jetzt bauen wir den Vergaser mal auseinander. Damit wir die korrekte Einstellung wiederfinden, habe ich den einmal hier auf dem Halter markiert. Ich habe hier einen Körnerpunkt und hier eine weiße Markierung. Und den nehmen wir jetzt zuerst mal runter. Der Drosselklappen-Stellsensor hat eine Federmechanik. Das heißt, wenn ich den drehe, federt der wieder zurück. Der Einbau erfolgt bei geschlossener Drosselklappe. Aufpassen, die Drosselklappe muss zu sein. Und dann wird er nur um ein kleines bisschen verdreht eingesetzt. Und dann über die Federspannung zurück zur Markierung geführt. Den Drosselklappensensor nicht so einbauen und dann komplett verdrehen. Das lässt er sowieso nicht zu. Der hat also nur praktisch eine Einbaurichtung, die man dann gegen die Federkraft auf die Position stellen muss. Jetzt machen wir hier diesen Halter weg. Damit der auch gleich in Sicherheit gebracht ist. Er hat eine Nummer. Die Nummer kommt nach außen und wird in dieser Richtung montiert, weil es in der anderen Richtung gar nicht geht. Da passen die Löcher der Verschraubung nicht überein, egal wie ich den drehe. Der hat also nur eine Position. Wie er richtig montiert werden kann, das erleichtert die ganze Geschichte. Und diese Muttern sind kleine Kreuzschlitzsenkkopf. Wir haben ja die Leerlaufgemischregulierschraube, die Grundeinstellung herausgefunden. Folge dessen können wir die jetzt alle vier komplett ausschrauben. Das Merkmal dieser Schrauben ist, wie sie zusammengestellt sind. Wir haben hier einen O-Ring. Hinter dem O-Ring ist eine Scheibe. Dann kommt die Feder. Und dann die Schraube. So ist die Montagerichtung. Solange die Spitzen hier diese in Ordnung sind. Als nächstes nehmen wir den unteren Bügel ab. Die Schrauben sind dankbarerweise alle gleich. Folgedessen können die alle in eine Kiste. Das spielt überhaupt keine Rolle. Vielleicht mache ich da auch neue rein. Mit Inbus. Und jetzt kommen wir zu ein paar Feinheiten. Und die muss ich in der Nahaufnahme machen. So, ich hoffe man sieht das. Hier. Ja, das war jetzt eigentlich das Paradebeispiel. Hier drin sitzt so eine Feder. Das ist wieder. Moment. Jetzt machen wir das mal. So eine Feder sitzt hier drin. Und zwar sitzt die zwischen den Klappenbetätigungen. Ich kann mal versuchen, ob ich die Klappe hier irgendwie bewegt bekomme. dieser Hebel betätigt die zweite Drosselklappe. So. Und da sitzt auch hier eine Feder. Moment, ich muss mal da die Hand wechseln. Und dann suchen. Wo ist das? Da ist es. Diese Feder ist eigentlich nur der Schleppmechanismus für die zweite, dritte, vierte Drosselklappe. Hier auch. Da sieht man es vielleicht ein bisschen besser, wenn ich die Griffe wegnehme. So. Diese Federn werden dann beim Vergaser zerlegen rausfallen. Und die muss man nachher wieder da dazwischen einklemmen. Das geht dann nachher am besten meiner Meinung nach, wenn der Vergaser Schritt für Schritt zusammengebaut wird. Jetzt haben wir die eine untere Schiene weg. Jetzt machen wir die andere obere Schiene weg. und vergleichen beide Schrauben miteinander und stellen fest, diese Schrauben sind alle gleich lang. Sehen auch gleich aus. Sind die gleichen, können alle in eine Kiste. Welche Schraube nachher wieder wohin kommt, soll hier egal sein. die passen oben wie unten. So. Ich mache mir das Ganze einfacher. Die Profis unter euch schreien jetzt gleich wieder auf. Aber mir es geht ja hier nur um rausschrauben und nicht mit 90 Newtonmeter anzuziehen. So. Zack, zack. In der Werkstatt muss es auch schnell gehen und die verwenden auch so einen Schrauber. So. Jetzt haben wir den Vergaser getrennt. und jetzt kann man den auseinander ziehen. Die Vergaser Bank hat ja hier den Benzinanschluss und hier und hier den Anschluss für die Entlüftung der Unterdruckmembranen. zu denen kommt man später. Hier kommt das Benzin rein und der Sprit läuft hier rein, geht über diese Kanäle zu der Verbindung zu dem Vergaser, hier über den Kanal, über den Verbinder zu dem Vergaser und somit werden von einer Leitung alle vier Vergaser mit Sprit versorgt. Hier ist der Zumpel für die Entlüftung, für den Druckausgleich der Membrane mit drei und vier verbunden und hier mit eins und zwei. Die Vergaser sind gekennzeichnet eins, zwei, drei, vier, weil diese Kappen kommen nicht ins Ultraschall und das kann ich nachher wegwischen. Es ist auch so, dass diese Vergaser gar nicht vertauscht werden können und das kommt daher. Ziehe ich den jetzt mal in der Mitte auseinander habe ich zwei Bauteile. Das ist der Benzinanschluss, der kann weg. Hier ist der O-Ring noch drauf, hier ist er nicht mehr drauf, da ist er noch da drin, den hole ich jetzt mal raus. Jetzt kommen die nächsten zwei und da ist auch wieder da fehlt die Feder die können wir so auseinander ziehen vorsichtig auseinander nehmen und dann kommt hier ein Dichtgummi und hier ein Dichtgummi so und dann ist hier die Entlüftung Gummi auch noch weich und jetzt haben wir den ersten Vergaser und den zweiten Vergaser erfolgreich getrennt die tue ich mal zur Seite dann nehmen wir die beiden hier dazu machen das gleiche und hier ist wieder diese Feder die wird jetzt gleich rausfallen oder auch nicht so sieht das aus und das ist die Feder um die es geht diese hier die ist jetzt relativ locker und hier oben zwischen die Feder und diesem Anschlag kommt die Flasche wir fangen mit dem vierten Vergaser an zu zerlegen so jetzt machen wir die Schwimmerkammer runter den Finger dagegen halten hier auch nochmal der Vergleich Schraubenlänge gleich Gewinde gleich egal einlegen fertig innen sauber erwartungsgemäß sauber so ich habe mir jetzt vier Schachteln genommen mit 1234 beschriftet jetzt werden wir vorsichtig die Schwimmerkammer Dichtung abnehmen jetzt haben wir den Schwimmer Kunststoff Schwimmer der ist bei der Suzuki nur eingeklemmt es gibt aber auch Systeme die gesteckt sind über einen Splint da haben wir an dem Schwimmer einen O-Ring da bin ich einen O-Ring und hier ist das Schwimmer Nadelventil dieses Schwimmer Nadelventil ist nur eingehängt geht relativ leicht raus und hier ist das Augenmerk diese Spitze muss komplett spitz sein und darf keine Kante haben oder sonstiges als nächstes kommt der Schwimmersitz den kann man hier rausziehen der hat hier ebenfalls einen Dichtring da sitzt dann die Schwimmer Nadel drin so als nächstes haben wir hier die Düse bei solchen Düsen ganz wichtig immer darauf achten einen Schraubendreher zu nehmen der hier optimal reinpasst mit etwas Druck nach unten drücken und aufdrehen das geht jetzt hier leicht im Normalfall macht das Klack und dann ist die Düse offen die sieht gut aus die sieht auch frei aus und ist eine 102,5 als nächstes kommt die Joke Betätigung der ist hier hinten mit zwei Kunststoff Clips befestigt wenn man die Kunststoff Clips etwas zurück drückt der Joke raus gehen tut er auch vorsichtig vorgehen der Joke Nippel hat hier einen Gummiring und hier einen Gummi und den müssen wir genauer anschauen wie der aussieht auch wieder die Lupe nehmen und einmal schauen der sieht gut aus da ist auch ein bisschen Fett drauf das passt weil wenn dieser Gummi defekt ist dichtet dieser Joke in seiner Führung hier drin in dem Loch nicht ab wenn man sich das mal genauer betrachtet ich versuche das mal wenn man da reinschaut da unten eine Erhebung so sieht man das wunderbar diese Erhebung drückt beim Joke auf auf Gummi das man da jetzt sieht drückt bei dem dagegen und macht den Joke eigentlich funktionsunfähig nimmt den aus der Funktion raus also auch hier drauf aufpassen dass der Joke Kolben auch unten gut ist der Motor bekommt ein zu fettes Gemisch so als nächstes nehmen wir diesen Membrandeckel ab und dazu halten wir den hier mit dem Daumen oben fest und gehen hier oben zu den Schrauben man hört es knacken die sind kamot angezogen nicht zu fest so die Schrauben kommen hier ins Döschen so warum habe ich das mit dem Daumen fest gehalten weil da drin eine ziemlich lange Feder ist diese Feder drückt zum einen den Gasschieber nach unten und zum anderen hält er die sogenannte Vergasernadel die kommt raus wenn man den Vergaser auf den Kopf dreht weil ich möchte die Membrane noch vorläufig drin lassen zuerst kommt eine Scheibe dann kommt dieser Kolben und schon ist das passiert was ich eigentlich zeigen wollte dieser diese Führungshülse hier die ist dafür da die Feder zu halten die sitzt hier oben drauf so und die kann natürlich wie man gesehen hat runterfallen folgendessen diese mal nehmen und da reinlegen dann ist hier dieser Kolben der lässt sich im Normalfall auch nach unten schieben so ein bisschen zumindest im Normalfall geht man her und macht diese Klammer hier weg und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt diese Position der Klammer die ist nämlich dafür da den Teiler und Volllast Bereich zu regeln je weiter diese Klammer nach oben wandert und so weiter runter in den Vergaser geht die Nadel und macht das Gemisch mager und je weiter ich diese Nadel nach unten setze umso weiter kommt sie nach oben und das Gemisch wird fetter wenn man von oben betrachtet sind wir jetzt in der zweiten Position das merken wir uns Vergaser 4 Nadel zweite Position und dann schaut man sich die Nadel an hat diese Nadel Riefen hat diese Nadel Einschläge hat sie Abschürfungen dann hat sie nicht mehr dieses Präzisions Maß die sie eigentlich haben sollte ist ganz gering konisch dieser konische Bereich ist relativ gering das heißt wenn hier was abschleift kann man sich eigentlich schon vorstellen was das ausmacht an Präzision der Gemisch Aufbereitung ich nehme noch meine Lupe zur Hand ich bin ja ein alter Mann ich darf das ja und schaue mir die Nadel an ob sie tatsächlich keine Riefen oder sonst hat das hat sie nicht diese Nadel ist vollkommen in Ordnung und kommt ins Döschen so die Membrane ist in Ordnung eventuell kann man die kann man auch austauschen die gibt es auch einzeln zu kaufen das ist bei dem Vergaser recht gut gemacht der Deckel kommt auch hier hin jetzt gibt es noch eine Eigenart bei diesem membrangesteuerten Vergasern sitzt hier ein Dichtring den auf gar keinen Fall vergessen weil sonst geht es mit dem ganzen Schieber mal kurz anschauen wie der aussieht nicht gerissen nicht glatt gedrückt kann wiederverwendet werden rein in die Schachtel hier ist jetzt ein Kunststoff Einsatz das ist die Führung für den Membranschieber und den kann man ausbauen wir haben vorher hier diese Hauptdüse raus geschraubt da ist ein Loch da sieht man ein Gewinde und da geht der ganze Schieber Halter und diesen Halter hoch jetzt kann man mal probieren ob man den so mit dem Finger raus kriegt oft geht hier geht sogar auch hier eine kleine Düse und diese Düse muss auch raus hier ist es auch wichtig einen Schraubendreher zu nehmen der optimal passt dann kann man diese Düse raus drehen den Vergaser kurz kippen und dann fällt die raus so sieht sie aus da gibt es auch eine Düsen Größe für das Archiv eine 37,5 so kommt auch hier rein jetzt haben wir bei dem Vergaser noch eine Düse die man ausschrauben kann wo ist meine PZ so diese Düse ist ausschraubbar diese Düse ist fest nichts machen nicht dran rum spielen aber diese Düse die werden wir jetzt noch rausschrauben auch drauf aufpassen einen Schraubendreher zu verwenden der hier optimal reinpasst der ist zu groß für die kleinen Düsen eignet sich sehr gut ein elektriker Schraubendreher auch wieder gegendrücken schön schauen dass das Ding gut im Sitz ist und dann raus drehen so jetzt ist die raus so sieht sie aus 9 schwer schwer zu sagen ob das 9 das müsste 9,5 sein und auf jeden fall auch da rein so ja das ist also die Beute und im Überblick sieht das dann so aus so